Sizilien, italienisch und sizilianisch Sicilia, früher Trinacria, ist mit 25.426 Quadratkilometern die größte Insel im Mittelmeer. Die Küstenlänge beträgt 1.152 Kilometer. Gemeinsam mit einigen ihr vorgelagerten kleineren Inseln bildet sie die autonome Region Sizilien der italienischen Republik. Die Insel Sizilien liegt südwestlich von der Stiefelspitze Italiens und ist der Überrest einer Landbrücke, die einst Europa und Afrika verbannt. Das geografisch markanteste Merkmal der Insel ist der Vulkan Ätna. Die größten Städte sind Palermo, das auch Hauptstadt der autonomen Region Sizilien ist, Catania, Messina und Syracuse. Geografie Landschaftsbild Die Insel Sizilien hat in etwa die Form eines Dreiecks, der sie ihren griechischen Namen Trinacria verdankt. Vor der in Ost-West-Richtung verlaufenden Nordküste liegt das Tyrannische Meer, vor der Ostküste das Ionische Meer und zwischen der Südwestküste und dem afrikanischen Kontinent die Straße von Sizilien, in Klammern italienisch Canale di Sicilia. Vom italienischen Festland ist Sizilien durch die Straße von Messina, in Klammern italienisch Stretto di Messina, getrennt, einer Meerenge, die an der schmalsten Stelle etwa drei Kilometer breit ist. Die Entfernung nach Malta beträgt 95 Kilometer, nach Tunesien 145 Kilometer. Über 80 Prozent der Fläche Siziliens sind Berg- oder Hügelland. Ebene Gebiete gibt es im Süden und im Hinterland von Catania. Im Norden setzen die Monti Peloritani, die Monti Nebrodi und die Monti Madonie, die Gebirgskette des Apennin, fort. Im Südosten erheben sich die Monti Iblehi, im Landesinneren die Monti Erehi und die Monti Sicani. Der höchste Berg Siziliens ist der Ätna, in Klammern 3345 Meter, der zugleich der größte und aktivste Vulkan Europas ist. Weitere aktive Vulkane sind Stromboli und Vulcano auf den im Nordosten vorgelagerten Liparischen Inseln. Der höchste nicht-vulkanische Berg ist der Pizzo Carbonara, in Klammern 1979 Meter, in den Monti Madonie. Der Salzo als längster Fluss Siziliens entspringt mit seinem Quellfluss Imera Meridionale in den Monti Madonie. Er mündet nach 144 Kilometern bei Licata ins Meer. Die Quelle des 113 Kilometer langen Simeto liegt in den Monti Nebrodi, seine Mündung südlich von Catania. Weitere größere Flüsse sind der Platani, in Klammern 84 Kilometer, und der Beliche, in Klammern 77 Kilometer, im Westen der Insel. Besonders bekannt ist der Alcantara, in Klammern 52 Kilometer, wegen seiner Schluchten den Gole della Alcantara, die er durch die Lava des Ätna gegraben hat. Der einzige natürliche See ist der Lago di Pergosa im Zentrum der Insel. Er ist vulkanischen Ursprungs und hat eine fast kreisrunde Fläche. Der größte der zahlreichen Stauseen ist der Lago Bozillo. Die Küste Siziliens erstreckt sich über eine Gesamtlänge von etwa 1000 Kilometern. Im Norden und Osten steigt das Land steil aus dem Meer auf, unterbrochen werden diese Felsküsten von zahlreichen Buchten mit Sandstränden. Gegen Süden hin fällt das Land flach ab und es gibt längere Abschnitte mit Sandstrand. Vor der Nordküste liegen die äolischen oder liparischen Inseln, in Klammern Isole Aeolie, im Nordwesten die Insel Ustica. Die Westspitze wird von den egadischen Inseln, in Klammern Isole Egadi, gesäumt. Zwischen der Südküste Siziliens und der tunesischen Küste befinden sich die Inseln Pantelleria und die Pelagischen Inseln, in Klammern Isole Pelagie. Geologie Die Monti Peloritani, als Fortsetzung des Aspromonte, bestehen aus Gneis und Glimmerschiefer. Die Monti Neborodi setzen sich aus Tonschiefer und Sandstein zusammen, die Monti Madonie aus Sand und Kalkstein. Das Inselinnere und der Süden bestehen vorwiegend aus Thonen und Mergeln. Sizilien gehört zur afrikanischen und zur apulischen Platte bzw. eurasischen Kontinentalplatte. Die Kontaktzone beider Platten verläuft quer durch die Insel. An den Nahtstellen kommt es immer wieder zu Reibungen, die heftige Erdbeben auslösen, unter denen vor allem der südliche Teil der Insel zu leiden hat. Der östliche Teil gehört zu einer vulkanischen Zone, die von den liparischen Inseln über den Ätna und die Monti Iblegi weiter Richtung Malta verläuft. Auch die Inseln Pantelleria und Ustica sind vulkanischen Ursprungs. Klima Auf Sizilien herrscht mediterranes Klima mit heißem, trockenem Sommer und mildem, feuchtem Winter. An den Küsten betragen die Temperaturen im Sommer durchschnittlich 26 Grad Celsius, im Winter 10 Grad Celsius. Im Süden werden durch den aus der Sahara wehenden Chirocco Werte über 40 Grad Celsius erreicht. Im Inselinneren ist es im Vergleich zu den Küstengebieten etwas kühler. Hier liegen die Durchschnittstemperaturen bei etwa 19 Grad Celsius im Sommer und 5 Grad Celsius im Winter. Oberhalb von 2000 Metern kann es in den Wintermonaten scharfen Frost und Schnee geben. In Catena Nuova wurde laut Agencia regionale per rifiuti dell'Acque observatorio dell'Acque am 10. August 1999 mit 48,5 Grad Celsius die höchste jemals in Europa gemessene Temperatur registriert. Von Mai bis September fällt bis auf kurze Regenschauer kaum Niederschlag. Oktober bis Februar sind die regenreichsten Monate, wobei in den Gebirgen im Norden mehr Niederschlag fällt als in den südlicheren Gebieten. Unter den großen Städten an der Küste ist Messina die niederschlagreichste Stadt. Catania, das im Regenschatten des Ätna liegt, ist die Stadt mit der geringsten Niederschlagsmenge. Flora und Fauna Flora Sizilien war ursprünglich von Wald bedeckt, der im Lauf der Jahrhunderte gerodet wurde, um Holz für den Schiffbau bzw. neues Nutzland zu gewinnen. Dabei wurde die Markia zurückgedrängt, die heute vor allem an der West- und Südküste zu finden ist. Größere, zusammenhängende Waldgebiete gibt es noch in den Monte Madonia und den Monte Nebrodi. Hier wachsen unter anderem Kork-Eichen, Buchen, Kiefern und eine für Sizilien typische Tannenart, die Nebroli-Tanne. In den Monte Iblei gedeihen Johannesbrotbäume. Trotz schonungsloser Rodungen ist Sizilien mit 3000 unterschiedlichen Pflanzenarten die vegetationsreichste Insel des Mittelmeeres. Neben einer Vielzahl an Wildblumen wie Jasmin, Mimosen oder Orchideen, an Wildkräutern und Kapern gedeihen in einigen Regionen subtropische und tropische Pflanzen wie Gummibäume, Bananenstauden oder Papyruspflanzen. Zu den wichtigsten Kulturpflanzen zählen seit griechischer Zeit Weinreben und Olivenbäume, seit römischer Zeit Hartweizen. Durch den Einfluss der Araber kamen Zitrusfrüchte und Mandelbäume nach Sizilien mit den Spaniern Tomaten, Paprika und Auberginen. Besonders ertragreiche Anbaugebiete für Gemüse und Obst sind die fruchtbaren Hänge des Ätna und das ebene Tiefland südlich von Catania. Fauna Durch die Rodung der Wälder und intensiv betriebene Jagd wurde der ursprüngliche Bestand an Wildtieren wie Rotwild, Wölfe, Füchse und Wildkatzen nahezu ausgerottet. Vielfältig ist die Meeresfauna mit einem reichen Bestand an Fischen, vor allem Thun und Schwertfisch und an Krustentieren. An den Küsten der Pelagischen Inseln leben Meeresschildkröten. Außerdem ist Sizilien wichtiger Rastplatz bzw. Winterquartier für Zugvögel aus Nordeuropa. Mehrere Reptilienarten sind auf der Insel heimisch. Drei Landschildkröten leben auf Sizilien, die sizilianische Sumpfschildkröte sowie die maurische und die griechische Landschildkröte. Darüber hinaus leben zwei Geckoarten auf der Insel, der Mauergecko und der europäische Halbfinger. Die westliche Smaragdeidechse ist die größte Eidechse Siziliens. Daneben lebt der algerische Sandläufer, die Ruineneidechse und die sizilianische Mauereidechse auf der Insel. Von den vier auf der Insel lebenden Schlangenarten ist nur die Aspesvipa giftig, während die italienische Esculapnatter, die gelb-grüne Zornnatter und die Partnatter ungiftig sind, jedoch ausgewachsen, größer werden. Folgende Amphibien leben auf Sizilien. Die beiden Wasserfrösche italienischer Hybridfrosch und italienischer Wasserfrosch, der italienische Laubfrosch, der gemalter Scheibenzüngler und die Wechselkröte. Geschichte. Die zentrale Lage Siziliens im Mittelmeer hat die wechselhafte Geschichte dieser Insel geprägt. Als Stützpunkte für Seefahrt und Handel hatten die Städte Siziliens stets eine große Bedeutung. Immer wieder haben sich deshalb neue Eroberer der Insel bemächtigt, sind geblieben und haben sich mit der bereits ansässigen Bevölkerung vermischt und ihre Spuren in der Kultur Siziliens hinterlassen. Nur selten war die Insel politisch selbstständig. Zumeist wurde sie von Reichen oder Staaten beherrscht, die ihr politisches Zentrum anderswo hatten. Um das Jahr 1000 vor Christus war Sizilien hauptsächlich von drei Völkern besiedelt, den Sikanern, den Sikulern, Elümern. Es folgte ab etwa 800 vor Christus eine Periode der Kolonialisierung durch Phöniker, Griechen und Karthager bzw. Punier, die ihre Siedlungen vornehmlich an der Küste errichteten. In dieser Zeit war Sizilien als Teil Großgriechenlands vor allem von der Kultur griechischer Siedler geprägt. Die bedeutendste griechische Stadt Siziliens war Syrakus. Die Blütezeit der griechischen Kultur war das 5. Jahrhundert vor Christus, nachdem die Griechen im Jahr 480 vor Christus in der Schlacht bei Himera die Karthager besiegt hatten. In diese Zeit fiel die Errichtung der meisten griechischen Tempel Siziliens. Nachdem die damalige Großstadt Karthago den wachsenden Bedarf an Korn für sich und das Söldnerheer nicht mehr hatte decken können und das Korn ohne Zwischenhandel beschaffen wollte, landeten die Punier auf der Nordseite der Insel. Die griechischen Städte schlossen sich zusammen und wurden zur besseren Verteidigung von Tyrannen regiert. Diese Blütezeit endete, als die Karthager am Ende des 5. Jahrhunderts vor Christus fast alle bedeutenden griechischen Städte zerstörten. Himilkon, der General Karthagos, zerstörte 409 vor Christus Silinunt, 408 vor Christus Himera, 405 vor Christus Gella und plünderte im selben Jahr Akragas, Camarina und Kasmenai. 405 vor Christus wurde Syrakus besetzt. Dionysos konnte die Karthager abwehren. Mit Dionysos erlebte Syrakus eine Blütezeit und beherrschte das westliche Mittelmeer. Die meisten zerstörten Städte wurden zwar wieder aufgebaut, erreichten aber nicht mehr ihre ursprüngliche Größe. Während des Ersten Punischen Krieges wurde Sizilien im Jahr 241 vor Christus durch den römischen Sieg bei den Ägadischen Inseln zur ersten Provinz des römischen Reichs. Die Karthager mussten Sizilien aufgeben. Im Jahr 212 vor Christus fiel Syrakus trotz der Verteidigungsmaßnahmen des Archimedes. Sizilien wurde der wichtigste Getreidelieferant Roms. Als im 2. Jahrhundert vor Christus immer mehr Sklaven nach Sizilien kamen, führte das Elend dieser Sklaven zu den beiden Sizilianischen Sklavenkriegen. Bis zum Ende der Kaiserzeit wurde Sizilien immer mehr latinisiert, auch wenn der Großteil der Bevölkerung weiter griechisch sprach. Nach dem Untergang des Westreichs im 5. Jahrhundert wurde Sizilien zunächst von den Vandalen und Ostgoten beherrscht und kam im 6. Jahrhundert zum Byzantinischen Reich. Unter byzantinischer Herrschaft wurde es zu einem zentralen Handelsplatz, auf dem besonders die Küstenstädte florierten. Von 661 bis 668 residierte Kaiser Konstanz II. in Syrakus. Im 9. Jahrhundert wurde die Insel von Arabern erobert. 250 Jahre stand Sizilien unter muslimischer Herrschaft. Sie brachten neue Bewässerungstechniken mit, wodurch die Landwirtschaft einen Aufschwung erlebte. Unter den Arabern wurde Palermo zur bedeutendsten Stadt Siziliens. In die Zeit von 835 bis 884 fielen diverse Beutezüge der Araber gegen sizilianische Städte. Eine weitere Blütezeit erlebte Sizilien, nachdem es im 11. Jahrhundert von den Normanen erobert worden war und zu einem eigenständigen Königreich wurde. Die Symbiose aus byzantinischen, arabischen und normannischen Traditionen brachte viele bedeutende Kunstwerke hervor. Auch unter den Staufern, die auf die Normannenkönige folgten, dauerte diese Blüte noch an. Danach geriet Sizilien wieder unter die Kontrolle ausländischer Mächte. Aragon, Spanien, Savoyen und Österreich folgten aufeinander. Unter den spanischen Bourbonen kam Sizilien zum Königreich Neapel, das nach dem Wiener Kongress zum Königreich beider Sizilien wurde und Sizilien und unter Italien umfasste, wobei die Hauptstadt jedoch Neapel blieb. Sizilien wurde von den jeweiligen Herrschern oft nachrangig behandelt und genoss keine besondere Aufmerksamkeit. Der Gegensatz zwischen der um ihren Status kämpfenden Aristokratie und dem Herr der Armen, zu Aufständen neigenden Landarbeiter bei Abwesenheit einer bürgerlichen Mittelschicht führte Mitte des 19. Jahrhunderts zur Entstehung der Mafia. Mit der Vereinigung Italiens, die mit Garibaldis Invasion in Sizilien begann, kam Sizilien 1861 zum neuen Königreich Italien. Obwohl Garibaldis Freischerler zunächst als Befreier herbeigesehnt worden waren, machte sich bald unmutbereit über die neuen Gesetze, die der von piemontesischen Traditionen geprägte Zentralstadt von Turwin bzw. Rom aus dem Süden überstülpte. Der neue Staat Italien hatte daher in seinen Anfangsjahren oft mit größeren Aufständen auf Sizilien zu kämpfen. Die Regierungen beantworteten diese Rebellionen meist mit der Ausrufung des Kriegsrechts und dem Einsatz des Militärs. Nachdem Benito Mussolini 1922 die alleinige Macht ergriffen hatte, begann er bald damit, die Mafia hart zu bekämpfen. Dabei wurden auch viele Unbeteiligte, Opfer seiner rigiden Methoden und ebenso wie die Mafiosi in die Verbannung geschickt. Am 10. Juli 1943 landeten die Alliierten auf Sizilien, in Klammern Operation Husky. In den nachfolgenden Jahren kam es zur Bildung der MIS, einer politischen Partei, die die Unabhängigkeit Siziliens von Italien anstrebte. Diese genoss anfangs zwar einige Zustimmung, konnte sich letztendlich jedoch nicht durchsetzen. Die Auseinandersetzung endete schließlich mit einem Kompromiss. Seit 1946 hat Sizilien den Status einer autonomen Region mit umfassenden Verwaltungsrechten. Palermo wurde die Hauptstadt der Region. In den Nachkriegsjahren wurden im Zuge einer Bodenreform die Latifundien der Großgrundbesitzer aufgelöst. Die christdemokratische Regierung hatte sich durch Landbesetzungen und politische Unruhen zu diesem Schritt gedrängt gesehen. Im tief katholisch geprägten Sizilien etablierte sich in der Folge eine der verlässlichsten Hochburgen dieser Partei, die bis 1933 das politische Leben Italiens dominierte. Das im Vergleich zum hoch industrialisierten Norden rückständige Sizilien bekommt seit dieser Zeit hohe Subventionen, um es an die höher entwickelten Regionen anzugleichen. Bis in die 1960er Jahre wurde die Armut in ländlichen Regionen und einigen Vierteln der Großstädte gemildert. Gleichzeitig begann eine Massenemigration junger Sizilianer, die als Gastarbeiter nach Mitteleuropa, in Klammern Deutschland, Schweiz, Frankreich und Belgien, oder in die Industriestädte des Nordens gingen. Das Ziel, die Lebensbedingungen Siziliens denen der nördlichen Regionen anzugleichen, war bislang jedoch, ebenso wie im übrigen südlichen Italien, nur teilweise erfolgreich. Die Bemühungen um Ansiedlungen von Industriebetrieben, der Kampf gegen die Mafia, sowie zunehmend die illegale Einwanderung über das Mittelmeer und Umweltprobleme wie Erosion und Wassermangel, prägen die sizilianische Politik der letzten Jahre. Bevölkerung Zur Zeit der Vereinigung Italiens lebte die Mehrheit der sizilianischen Bevölkerung in wirtschaftlicher Not. Einer kleinen Schicht reicher Großgrundbesitzer stand eine große Schar recht und besitzloser Landarbeiter gegenüber. Unruhen und Aufstände wurden niedergeschlagen und so wanderten zwischen 1880 und dem Beginn des Ersten Weltkrieges viele Sizilianer vorwiegend nach Amerika aus. Als auch nach 1946 die notwendigen Reformen nur schleppend vorangingen, suchten zwischen 1950 und 1970 erneut zahlreiche Sizilianer Arbeit im Ausland. Trotzdem liegt Sizilien mit einer Bevölkerungsdichte von 195 Einwohnern je Quadratkilometer etwas über dem italienischen Durchschnitt. Seit der Landflucht nach dem Zweiten Weltkrieg sind vor allem die Küstengebiete dicht besiedelt. Mehr als ein Drittel der Einwohner leben in den Städten Palermo, Catania, Messina, Syracuse und Rappani. Das Inselinnere ist dagegen recht dünn besiedelt. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 73,2 Jahren für Männer und 78 Jahren für Frauen. Mehr als 97 Prozent der Bevölkerung gehören der römisch-katholischen Kirche an. Von den übrigen christlichen Konfessionen sind vor allem die Lutheraner, die Valdenser und die Anglikaner vertreten. In der Nähe Palermos gibt es einige Orte wie zum Beispiel Piana degli Albanesi und Santa Cristina Gella mit albanisch-stammiger Bevölkerung, die sich Arberes nennt und einige Traditionen wahrt. Eine weitere Gruppe bilden Muslime aus Nordafrika, vor allem aus Tunesien. Die Mehrheit der Bevölkerung spricht die sizilianische Variante des italienischen, welche oft auch als eigene Sprache angesehen wird. Berühmte Sizilianer sind unter anderem der gelehrte Archimedes, der Geschichtsschreiber Diodor aus Agurion, der Komponist Vincenzo Bellini, die Schriftsteller Luigi Pirandello, Leonardo Sciaccia und Andrea Camilleri, die Mafia-Gegner Giovanni Falcone, Paolo Borsellino und Leo Luca Orlando, der Regisseur Giuseppe Tornatore und der Fußballspieler Salvatore Scilacci. Weitere bekannte Personen Siziliens sind in der Liste bekannter Sizilianer aufgeführt. Politik und Gesellschaft Politisch hat Sizilien in der Republik Italien den Status einer autonomen Region mit Sonderstatut, was eine größere Autonomie bei der Gesetzgebung und im Bereich der Finanzen garantiert. Das Territorium der Region umfasst neben der Hauptinsel Sizilien die Inselgruppen der egadischen, liparischen und pelagischen Inseln sowie die Einzelinseln Ustica und Pantelleria. Die autonome Region Sizilien hat ein eigenes Parlament, die Sizilianische Regionalversammlung in Klammern Assemblea Regionale Siciliana, ARS, und eine eigene Regierung, die aus dem Präsidenten der Region, in Klammern Presidente della Regione und einem Kabinett, in Klammern Gionta Regionale aus zwölf Ministern, in Klammern Assessori Regionali, gebildet ist. Sitz des Sizilianischen Parlamentes und der Regierung ist die Hauptstadt Palermo. Präsident der Region ist seit Oktober 2012 Rosario Croqueta. Die Flagge Siziliens zeigt den Triskela auf gelb-rotem Grund. Sie geht auf die Sizilianische Vesper 1282 zurück und wurde im Februar 2000 zur offiziellen Flagge erklärt. Sizilien ist in neun Provinzen gegliedert, die wiederum in insgesamt 390 Gemeinden unterteilt sind. Die Provinz mit den meisten Einwohnern und der größten Fläche ist die Provinz Palermo, die am dichtesten besiedelte Provinz ist die Provinz Catania, die mit etwa 300 Einwohnern je Quadratkilometer deutlich über dem Inseldurchschnitt von 195 Einwohnern je Quadratkilometer liegt. Weitere Provinzen sind Agrigent, Caldanissetta, Ena, Messina, Ragusa, Syracuse und Trapani. Wie andere Teile Süditaliens leidet Sizilien unter der organisierten Kriminalität durch die Mafia. Besonders in den 60er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts eskalierte die Gewalt. In Großstädten wie Palermo und Catania lähmte eine Welle von Ermordungen im Auftrag der Mafia das öffentliche Leben. Große Erfolge im Kampf gegen die Organisation wurde ab 1984 mit der Festnahme Tommaso Buschettas erreicht. In den folgenden Jahren kam es durch die Aussagen Buschettas zu zahlreichen weiteren Festnahmen und den sogenannten Mammutprozessen, die vor allem den Ermittlungen des Jugisten Giovanni Falcone und des Richters Paolo Borsellino zu verdanken waren. Als Falcone und Borsellino 1992 von der Mafia ermordet wurden, schlug die lähmende Angst der Bevölkerung in offenen Widerstand um. Es entwickelte sich eine politische Aufbruchstimmung, deren treibende Kraft Leo Luca Orlando, damaliger Bürgermeister von Palermo, war. Der Polizei gelang es 1993, Salvatore Riina und 2006 Bernardo Provenzano, beide führende Männer innerhalb der sizilianischen Mafia, der Cosa Nostra, festzunehmen. Ein weiteres gesellschaftliches Problem auf Sizilien sind die Anlandungen von Flüchtlingen und Migranten aus Afrika. Ein Großteil von ihnen sucht über die näher dem afrikanischen Kontinent vorgelagerte pelagische Insel Lampedusa den Weg nach Europa. 2006 landeten über 16.000 Flüchtlinge auf der Insel zwischen Tunesien und Sizilien. Aber auch auf dem weiter entfernt gelegenen Sizilien treffen Migranten ein. Ihre Zahl hat sich in den ersten fünf Monaten des Jahres 2008 mehr als verdreifacht. Kamen 2007 noch 2087 Migranten auf diesem Weg nach Sizilien, waren es ein Jahr später schon 7077. Bei der gefährlichen Passage über das Meer mit seeuntüchtigen und völlig überfüllten Booten kommt es häufig zu Unglücken, die viele Todesopfer fordern. Vor allem die zunehmende militärische Abschottung der EU-Mittelmeer-Anrainer hat in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass die Routen der Migranten immer länger und damit die Gefahren immer größer werden. Von offizieller Seite wird von ca. 10.000 ertrunkenen Immigranten in den letzten acht Jahren ausgegangen. Die Dunkelziffer nicht gefundener Ertrunkener wird als weitaus höher eingestuft. Mit finanzieller Hilfe der EU soll ein neuer Auffanglager gebaut und die italienische Küstenwache besser ausgerüstet werden. Wirtschaft Haupterwerbsquelle der Sizilianer ist der Dienstleistungssektor. Knapp 70% der Arbeitsplätze fallen in diesem Bereich. Hierzu trägt der wachsende Tourismus bei. Daneben bietet das milde Klima günstige Bedingungen für die Landwirtschaft, die eine stärkere Rolle als in Norditalien spielt. Der industrielle Sektor ist hingegen von vergleichsweise geringer Bedeutung. Im hügeligen, wasserarmen Landesinneren wird extensive Landwirtschaft in Form von Weidewirtschaft, Weizen- und Bohnenanbau betrieben. In den ebeneren Gebieten und an der Küste werden vor allem Zitrusfrüchte, Weinreben, Mandeln, Oliven, Gemüse und Baumwolle angebaut. Sizilien erwirtschaftet 70% der gesamtitalienischen Erträge an Zitrusfrüchten, 60% der Mandelernte und 25% der Weintraubenernte. Die Produktion von Wein- und Olivenöl ist ein weiterer wichtiger Wirtschaftszweig. Sizilien besitzt die größte Fischereiflotte Italiens, die von hier aus betriebene Küsten- und Hochseefischerei, die sich auf den Fang von Thunfisch, Schwertfisch, Sardinen und Sardellen spezialisiert hat, erwirtschaftet durchschnittlich 30% des gesamtitalienischen Fischfangs und 70% des Fangs von Krustentieren. In Klammern Angaben 2005. Industriegebiete haben sich um Palermo, Catania, Syracuse, Ragusa und Jela entwickelt. Schwerpunkt sind petrochemische Industriebetriebe, der Maschinen und der Schiffbau. In Catania sind einige Hochtechnologieunternehmen vertreten, so zum Beispiel der Elektronikkonzern ST Microelectronics, der 4600 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Produktion beschäftigt. Auch die Förderung von Stein- und Kalisalzen sowie von Marmor spielen eine wirtschaftliche Rolle. Der einst wichtige Schwefelbergbau in Sizilien, in dem die Insel zu Beginn des 20. Jahrhunderts weltweit führend war, ist um 1980 vollständig zum Stillstand gekommen. Sizilien leidet immer noch unter Strukturproblemen, wie zum Beispiel der hohen Arbeitslosigkeit, die bei 13,31% pendelt, in Klammern Italien 6,5%. Die aktuelle Arbeitskraftstärke zählt derzeit 1.743.000 Arbeitskräfte. Davon sind rund 232.000 Menschen arbeitslos. Weitere Probleme ergeben sich aus der mangelnden Verkehrsinfrastruktur im Inselinneren und den Geschäften der Mafia. Wie der gesamte Mezzogiorno gehört Sizilien zu den sogenannten Ziel-1-Regionen, die weniger als 75% des durchschnittlichen Bruttoinlandsprodukts der EU aufweisen, in Klammern 2003 73,1%, und daher besonders gefördert werden, um wirtschaftliche und soziale Nachteile zu mindern. Infrastruktur, Energie und Wasser Seit 1957 wird Sizilien vom italienischen Festland aus mit Strom versorgt. Die Hochspannungsleitung nach Messina wurde Ende der 1990er Jahre durch ein Seekabel ersetzt. Zahlreiche Stauseen auf Sizilien dienen einerseits zur Bewässerung, andererseits zum Betrieb von Wasserkraftwerken. 1981 wurde in Adrano das erste Solarturmkraftwerk Eurelius in Betrieb genommen. 2006 begann der Bau zweier Windkraftanlagen in Ramacar und Marineo. Sie sollen ab 2008 Strom erzeugen. Obwohl es von Natur aus ausreichend Wasser gibt, kommt es immer wieder zu Wassermangel, da das Wasser nicht richtig gespeichert und verteilt wird. Die Staubecken werden aufgrund baulicher Mängel meist nur bis zu einem Drittel gefüllt und 35 Prozent des Wassers versickern aufgrund defekter Rohrleitungen, bevor es die Verbraucher erreicht. Aus diesem Grund übernehmen oft private Unternehmen die Wasserlieferung per Tanklastwagen, nicht selten zu überhöhten Preisen. Verkehr Straßenverkehr Auf Sizilien gibt es vier Autobahnen, die die größten Städte der Insel verbinden. Diese sind die A18 in Klammern Messina, Catania, Syracuse, Gela in Klammern fertiggestellt und befahrbar bis Rosolini seit 2010, die A19 in Klammern Palermo, Caltanissetta, Enna, Catania, die A20 in Klammern Messina, Cefalu, Palermo sowie die A29 in Klammern Palermo, Mazzara de Valdo mit einer Abzweigung nach Trapani. Daneben haben die Staatsstraßen SS 113, SS 114 und SS 115 große Bedeutung, da sie die Insel entlang der Küste komplett umrunden und vorerst wichtige, noch fehlende Autobahnverbindungen im Süden ersetzen. Schienenverkehr Von Palermo aus gibt es Bahnverbindungen der Trenitalia nach Messina, Agrigent und Trapani. Von Messina aus nach Catania, Syracuse und Agrigent. Die Ferrovia Circo Mednea, eine regionale Verkehrsgesellschaft, betreibt die letzte Schmalspurbahn Siziliens, in Klammern, in Klammern 950 mm Spurweite, die von Catania aus fast in Etna umrundet. Verbindungen zum Festland Mit dem italienischen Festland ist Sizilien über Fähren verbunden, die die Häfen von Palermo und Messina anlaufen. Nach jahrelanger Diskussion wurde der geplante Bau einer Brücke über die Straße von Messina von Silvio Berlusconi ab 2008 erneut vorangetrieben. Die Fertigstellung des Brückenbaus war für 2016 geplant. Seit dem Rücktritt Berlusconis im Jahr 2011 ist es ungewiss, ob die Brücke gebaut werden wird. Flugverkehr Es gibt drei internationale Flughäfen auf Sizilien, den Flughafen Palermo-Puntaraisi in Palermo, den Flughafen Catania-Fontana Rossa in Catania und den ehemaligen Militärflugplatz Vincenzo Florio Airport, der 15 km südlich der Stadt Trapani erst seit 2009 für den zivilen Luftverkehr geöffnet wurde. Von Palermo sowie Catania besteht die Möglichkeit, die Inseln Lampedusa und Pantellaria anzufliegen. Der Comiso Airport bei Comiso, ebenfalls ein ehemaliger Militärflugplatz im südöstlichen Sizilien, wurde in einen Zivilflughafen umgebaut und soll wegen politischer Einmischungen der Mafia erst 2012 eröffnet werden. Bildung Das Schulsystem in Italien ist in den Pflichtschulbereich betreffend für alle Regionen einheitlich. Nach drei Jahren Vorschule, fünf Jahren Grundschule und drei Jahren Mittelschule besteht die Möglichkeit, ein Gymnasium oder eine Berufsfachschule zu besuchen. Die berufliche Ausbildung fällt in den Kompetenzbereich der einzelnen Regionen. Ähnlich wie in der ersten PISA-Studie von 2003, liegt Sizilien auch in der PISA-Studie von 2006 mit 432 Punkten weit unter dem OECD-Durchschnitt von 500 Punkten und auch unter dem italienischen Durchschnitt von 462 Punkten. Das Medienecho auf beide Studien war jedoch gering. Sizilien verfügt über vier Universitäten. Die Universität Catania ist die älteste und größte. Sie wurde im Jahr 1434 gegründet und aktuell, in Klammern 2006, sind über 66.000 Studenten eingeschrieben. Weitere Universitäten sind die Universität Messina, die Universität Palermo und die Universität Anna, die erst 2004 offiziell errichtet wurde und eine der wenigen freien, d.h. nicht staatlichen Universitäten Italiens ist. Kultur Architektur Siziliens bedeutendste Bauwerke stammen aus der Antike, der Zeit der Normanen und Staufer und des Barocks. Da Sizilien in der Antike Bestandteil der Magna Grecia war, finden sich hier zahlreiche griechische Tempel. Beeindruckendes Beispiel hierfür sind die Tempel in Selinunt, Syracuse und Segesta und vor allem die archäologischen Städten von Agrigent. Der Concordia-Tempel dort gehört zu den am besten erhaltenen griechischen Tempeln überhaupt. Größere Theater aus griechischer und römischer Zeit befinden sich in Syracuse, Taumina und Tindari, Amphitheater in Syracuse und Catania. Glanzstück der Spätantike ist die Vera Romana del Casale mit ihren römischen Mosaiken nahe der Stadt Piazza Armerina. Die unter arabischer Herrschaft errichteten Bauten wurden größtenteils von den Normanen umgebaut und es entwickelte sich der für Sizilien typisch arabisch-byzantisch-normannische Baustil mit Kubelbauten wie den Kirchen San Giovanni dei Librosi, San Giovanni degli Eremiti und San Cataldo in Palermo und mit dekorativen Mosaiken wie zum Beispiel bei den Kathedralen von Monreale und Cefalu. Friedrich II. hinterließ zahlreiche Festungsbauten wie das Castello Orsino in Catania oder die Castelle von Syracuse und Enna. Durch ein verheerendes Erdbeben 1693 wurden die südöstlichen Teile Siziliens weitgehend zerstört und ganze Städte wie Noto, Modica, Ragusa oder Catania im Stil des typischen sizilianischen Barocks wieder aufgebaut. Acht dieser Städte zählen zu den spätbarocken Städten des Val di Noto, die in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen wurden. Architekten, die wesentlich zum Aufbau beitrugen, waren Rosario Gagliardi und Giovanni Battista Vaccarini. Bildende Kunst Einer der wichtigsten sizilianischen Bildhauer war Antonello Gaggini. Er schuf religiöse Figuren im Stil der Renaissance unter anderem für die Kathedrale von Palermo und die Kathedrale von Messina. Hier sind Skulpturen des Renaissance-Bildhauers Rinaldo Bononna zu sehen. Weit über die Grenzen Siziliens hinaus bekannt wurde im 15. Jahrhundert der Maler Antonello da Messina. Er trug entscheidend zur Verbreitung der Ölmalerei in Italien bei und seine Werke werden heute in Museen in ganz Europa ausgestellt. Zu seinen Nachfolgern zählen die Renaissance-Maler Antonello de Saliba, Pietro de Saliba und Antonio Giuffre, deren Gemälde heute vorwiegend in Kirchen und im Museo Regionale di Messina ausgestellt werden. Ein bedeutender Maler des 17. Jahrhunderts war Pietro Novelli, der sich vorwiegend religiösen Motiven widmete. Ihm folgten Nicola van Hoobragen und Giovanni Duccare, der wichtigste Vertreter der sizilianischen Barockmalerei. Im 20. Jahrhundert erlangten die Bildhauer Pietro Consagra und Renato Gutoso, ein Maler des Realismus, internationalen Ruhm. Literatur Im Bereich der Literatur hat Sizilien angefangen bei Stesicoros, einem Dichter um 600 vor Christus, über die sizilianische Dichterschule und Giacomo Dellentini im 13. Jahrhundert nach Christus auch in neuerer Zeit namhafte Schriftsteller hervorgebracht. Ende des 19. Jahrhunderts schuf Giovanni Verga mit seiner Cavalleria Rusticana die Vorlage für die gleichnamige Oper. Weitere Werke wurden verfilmt. Luigi Pirandello, der bekannteste sizilianische Dramatiker, erhielt für sein Werk im Jahr 1934 den Nobelpreis für Literatur. Auch der Roman Der Gattopardo von Giuseppe Tomasi di Lampedusa, der den Untergang des sizilianischen Adels schildert, wurde unter dem gleichen Titel erfolgreich verfilmt. Einen weiteren Nobelpreis erhielt der Lyriker Salvatore Quasimodo im Jahr 1959. Leonardo Ciascias Romane beschreiben auf unterhaltsame, aber auch kritische Weise das Leben auf Sizilien und Andrea Camilleri gibt gegenwärtig durch seine Kriminalromane auch im Ausland Einblick in die Sprache und die Küche Siziliens. Provozierend wirkte Lara Cardellas Roman von 1989, Volevo i Pantaloni, in Klammern deutscher Titel, Ich wollte Hosen, da er den Chauvinismus und die Engstirnigkeit Siziliens kritisiert. Film Sowohl die Literatur als auch die Landschaften und die Menschen Siziliens inspirierten zu einer Reihe international erfolgreicher und mehrfach prämierte Filme. Zwei berühmte Literaturverfilmungen stammen von Lucchino Visconti. 1948 drehte er nach der Romanvorlage Malavoglia von Giovanni Verga den neorealistischen Film Die Erde bebt. Er schildert das Leben in einem verarmten Fischerdorf nahe Catania in den Nachkriegsjahren. 1963 drehte Visconti den Film Der Leopard nach dem gleichnamigen Roman von Giuseppe Tommasi di Lampedusa. Er thematisierte den Untergang des Sizilianischen Adels um Palermo. Unter der Regie von Michael Kimoni entstand 1987 der Spielfilm Der Sizilianer, der sich an einer gleichnamigen Romanvorlage von Mario Puzzo orientiert und die Lebensgeschichte des Banditen und Mafioso Salvatore Giuliano schildert. Giulianos Leben wurde bereits 1961 von Francesco Rosi unter dem Titel Veraschos Salvatore G. verfilmt. Rosis dokumentarischer Spielfilm setzt sich sehr kritisch mit dem Thema Mafia auseinander, wie auch der Anti-Mafia-Film 1000 Schritte aus dem Jahr 2000 über den Politiker Giuseppe Impastato. Auf den liparischen Inseln entstand 1949 Roberto Rossellinis Film Stromboli, der das karge Leben der Inselbewohner und die ständig drohende Gefahr eines Vulkanausbruchs zum Inhalt hat. Auch der Film Der Postmann von Michael Radford aus dem Jahr 1994 spielte auf den liparischen Inseln. An verschiedenen Drehorten in Sizilien, unter anderem in Palermo, Cefalu und Palazzo Adriano entstand unter der Regie von Giuseppe Tornatore 1988 der Film Cinema Paradiso über die Menschen eines kleinen sizilianischen Dorfes, ihres Kinos und die ersten Tage des Tonfilms. Auf den pelagischen Inseln drehte Emanuele Criallese 2002 den Film Lampedusa. Er zeigt das Leben und die Traditionen der Inselbewohner. Sein jüngster Film, Gobendor, aus dem Jahr 2006, beinhaltet das Schicksal sizilianischer Auswanderer nach New York zu Beginn des 20. jahrhunderts. Musik Im Bereich der klassischen Musik sind für die Musikgeschichte bedeutsame Komponisten aus Sizilien zu nennen. Der Palermitana Alessandro Scarlatti schuf für seine zahlreichen Opern eine neue Form der Einleitung, die Sinfonia. Diese Form wurde bald von anderen Opernkomponisten übernommen und führte schließlich zur Entwicklung der klassischen Sinfonie. Der Catanese Vincenzo Berlini erreichte mit seinen Opernwelt rum. Zu seinen herausragenden Werken gehören La Sonnambulla, Norma und Ipuritani. Ihm zu ehren heißt Catanias größtes Opernhaus Teatro Massimo Berlini. Nicht nur Siziliens, sondern ganz Italiens größtes Opernhaus ist die Teatro Massimo in Palermo. Auch die Volksmusik spielt bis heute eine wichtige Rolle. Es sind über 5000 Volkslieder in sizilianischer Sprache bekannt. Begleitet werden sie von einfachen Instrumenten wie der Maranzano, einer Maultrommel, dem Tamburedo, einer einfälligen Rahmentrommel mit Schellenkranz, der Friscaletto, einer kleinen aus Bambus oder Schilf gefertigten Flöte und der Chiarameda, einer Art Dudelsack. Weitere Begleitinstrumente sind Gitarre, in Klammern Gitarra, Mandoline, in Klammern Mandolino oder Akkordeon, in Klammern Organetto. Traditioneller Volkstanz auf Sizilien ist die Tarantella. Vor allem in Sizilien erhielt sich die besondere Liedform Canzone, ein Wechselgesang zwischen Instrument und Stimme. Der sizilianische Gesang, aber auch die volkstümlichen Instrumente sind dabei stark orientalisch beeinflusst. Theater und Museen In Palermo befindet sich Italiens größtes und Europas drittgrößtes Opernhaus, das Teatro Massimo. Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts erbaut und bietet Platz für 3200 Zuschauer. Weitere bedeutende Theater sind in Palermo das Teatro Politeama, Sitz des Sizilianischen Sinfonieorchesters in Catania, das Teatro Massimo Bellini und in Messina das Teatro Vittorio Emanuele II. Auch die antiken Theater werden für Schauspiel-, Musik- und Tanzaufführungen oder Filmfestivals genutzt. Zu den größten archäologischen Museen zählt das Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas in Palermo mit Fundstücken aus dem Westteil Siziliens und das Museo Archeologico Regionale Baulo Orsi in Syracuse, das die Geschichte des Ostteils dokumentiert. Das umfangreichste Kunstmuseum ist die Galleria Regionale della Sicilia in Palermo. Weitere Werke sizilianischer Maler und Bildhauer finden sich im Museo Regionale di Palazzo Balemo in Syracuse und im Museo Regionale di Messina. Umfangreiche kulturhistorische und ethnografische Sammlungen befinden sich in Palermo im Museo Ethnografico Siciliano Giuseppe Pietri und im Museo Internationale delle Marionette Antonio Pasqualino. Kunsthandwerk Im Sizilianischen Kunsthandwerk spielt die Herstellung farbenfroh glasierter Keramik eine wichtige Rolle. Das bedeutendste Zentrum der Keramikherstellung ist Calta Girone. Weitere Herstellungsschwerpunkte liegen in Palermo, Sciacca, Borgio und Santo Stefano di Camastra. Brauchtum In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich aus der Tradition der Straßensänger das sizilianische Marionettentheater. Das Puppenspiel mit aufwendig gestalteten Marionetten wird vor allem in den größeren Städten bis heute aufgeführt. 2001 wurde es von der UNESCO in die Liste der Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit aufgenommen. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts waren die sizilianischen Karren kunstvoll bemalte und mit Schnitzereien verzierte Holzkarren übliches Transportmittel auf der Insel. Heute werden mit diesen Karren jährlich im April große Umzüge veranstaltet. Eine wichtige Rolle spielen auf Sizilien religiöse Ereignisse. Zu den Höhepunkten im Kirchenjahr zählen bei der überwiegend römisch-katholischen Bevölkerung die Karfreitagsprozessionen. Vor allem Marsalla, Enna und Trapani sind bekannt für ihre beeindruckenden Prozessionen. Ähnliche Umzüge finden zu Ehren der zahlreichen Schutzheiligen statt, die auf Sizilien verehrt werden. Die wichtigsten Feierlichkeiten dieser Art sind das Fest der heiligen Rosalia in Palermo, der heiligen Agatha in Catania und der heiligen Lucia in Syracuse. Küche Die sizilianische Küche zählt zu den ältesten und vielseitigsten Regionalküchen Italiens. Typische Vorspeisen bzw. Zwischenmahlzeit sind Arancini, kleine gefüllte Reisbällchen, oder Sfinzione, eine Art Pizza aus Brotteig. Typisches Nudelgericht aus Palermo ist Pasta con le Sarde mit Sardinen, aus Catania Pasta alla Norma mit Auberginen, benannt nach der Oper Vincenzo Bellinis. Eine Spezialität aus den ländlichen Gegenden ist die Farsu Magro, ein reichhaltig gefüllter Rollbraten. In den Küstenregionen werden auch Fische oft gefüllt serviert, wie zum Beispiel die Sarde a Becafico. Zu gebratenem Fisch oder Fleisch wird traditionell Insalata di Aranche, ein Orangensalat, serviert. Sizilianische Käsesorten sind der Ragusano, in Klammern meist nur als Caciocavallo bezeichnet, und der Pecorino Siciliano. Eine besondere Rolle spielen auf Sizilien Süßwaren, deren Rezepte oft aus arabischer Zeit stammen. Berühmt sind die Casata, eine farbenfroh dekorierte Torte, die Frutta Maturana, Früchte aus Marzipan, und Canolli, mit Ricotta-Creme gefüllte Teigrollen. Sport Wie überall in Italien ist auf Sizilien der Fußball die beliebteste Sportart. Lange Zeit waren die sizilianischen Mannschaften jedoch nicht in der A-Serie vertreten. Nach den Aufstiegen von US Palermo und FC Messina schaffte es auch Catania Calcio als dritte sizilianische Mannschaft in die höchste Liga. Der FC Messina spielt seit 2007 wieder in der Serie B. Neben Fußball werden viele andere Sportarten betrieben, teilweise im professionellen Bereich. Beispiele für hochklassige Vereine sind der in mehreren Sportarten vertretene CUS Catania, der Basketballklub Upea Capo de Orlando, die Wasserballvereine Canotaria Ortiga, in Klammern Syracuse, und Nuota Catania, sowie der Verein Orizonte Gemona Catania, der einer der erfolgreichsten italienischen Vereine im Damenwasserball mit 15 gewonnenen Meisterschaften und sieben europäischen Pokalen ist. Auf den Bergstraßen im Inselinneren wird jährlich die Rally Targa Florio veranstaltet, die im Jubiläumsjahr 2006 zum 90. Mal stattfand. Weitere internationale Sportereignisse sind Pferderennen in Palermo und eine Unterwassersportschau auf der Insel Ustica. Eine Besonderheit stellen die Skipisten auf dem Ätna dar, die es ermöglichen, in einer der sonnigsten Regionen Europas alpinen Skisport zu betreiben. Umwelt Umweltschäden sind auf Sizilien nicht zu übersehen. Durch die jahrhundertelange Rodung der Wälder verloren die ursprüngliche Fauna und Flora Siziliens an Lebensraum. Veraltete Industrieanlagen, vor allem um Gela und Syracuse, führen zu Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung. Illegal errichtete, oft unfertige Betonbauten und wilde Müllhalten stören das Landschaftsbild. Seit den 1980er Jahren wächst langsam das Bewusstsein für die Umwelt. Mit der Anpflanzung rasch wachsender Arten wie Eukalyptus wird versucht, der Abholzung und den Folgen für Boden- und Wasserhaushalt entgegenzuwirken. Es gibt inzwischen fünf Regionalparks, sechs Meeresschutzgebiete und knapp 70 kleinere Naturreservate. Das erste Naturschutzreservat, Reserva Naturale Orientata dello Singaro, wurde 1981 errichtet. Als erster großer Regionalpark wurde 1987 auf dem Ätna der Parco del Ätna mit einer Größe von knapp 60.000 Hektar geschaffen. Hier leben jetzt unter anderem wieder Wölfe, Füchse, Rotwild, Stachelschweine und an die 70 Vogelarten. Dem Regionalpark Parco del Ätna folgten 1989 der Parco della Madonia und 1993 der Parco del Nebrodi und 2001 der Parco Fruviale del Alcantara. Der Parco del Nebrodi ist mit 86.000 Hektar einer der größten Naturschutzparks Europas. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts stehen 227.000 Hektar, das sind knapp 9% der Fläche Siziliens, unter Naturschutz. Um die Meeresfauna zu erhalten, wurden eine Reihe von Unterwassernaturschutzgebieten eingerichtet. Als erstes die Reserva Naturale Marina Isola di Ustica. Einige Strände sind mit der blauen Flagge, dem Gütesiegel für hohe Wasserqualität, ausgezeichnet. Der Artikel Sizilien wurde von Alexander Manders mit dem Benutzernamen Foodtalks am 3. April 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Sharealike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org-licenses-by-sa-3.0-deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org-copyleft-fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org-wiki-sizilien. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.